hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge der animation throwdown mit mir dem herr gleich hier ist es wieder rumble zeit und es geht jetzt hier richtig zur sache es ist ein extrem enges match schauen wir mal wie es momentan steht 36.074 zu 34.927 und es wird extrem heiß hot 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 oder die automatik drin die wollen wir natürlich nicht haben so und dann gucken was ist denn das für eine schrott starthandschen das ist nicht das was ich gerne hätte Gucken wir mal, was wir aus dem Ganzen machen können. Erstmal push ich von der Seite. So, das kann doch nicht wahr sein. Das ist schon wieder so ein Drecksmatch, ja? Oder? Komm, da ballere ich jetzt durch. Der da vorne verrickt sowieso, dann ist der auch weg. So, und jetzt muss hier aber schnellstmöglich was passieren. Jawoll, damit ich dieses Match auf jeden Fall gewinnen kann. Gegen Tola911 von Bob's Dogs. 78. Oh mein Gott. Na gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein extrem enges Match. So. Bum, 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 bum. Bird Flipper ist unser nächster Gegner. Also so langsam aber sicher komme ich mir doch minimal verarscht vor. Kann das sein? Kann ja das sein. Guckt euch das. Ah, jetzt kommt mal was. Das ist ja toll. Soll ich den machen? Nee, komm. Ich busche jetzt erstmal von der Seite. Dann gucke ich mir erstmal an, was da sonst nur so kommt. Ja, gut. Äh. Das sind ja 27. Jetzt mache ich noch den Bobby hier vorne hin. Und ja. Bandit Bob ballert da vorne auf jeden Fall einiges weg. Ja. Ja. Ist immer noch da. Bum, 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 bum. So. Nächstes Mal das hier noch. Vielleicht bringt es ja noch irgendwas. Jo. 80. 21. So. Noch acht Matches. 21 Minuten. So. Was machen wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt den Schex Lemeneux. Öx, öx. Das ist, das gefällt mir jetzt allerdings am Anfang besser. Ja. Eine Hoffnung. 1934. Das reicht jetzt nicht ganz. Jetzt haben wir noch die Nina. Und der Gaga ballert es da weg. Und dann reicht das da hinten um die Tom Landry mit. Das sollte doch eigentlich, hätte es doch reichen müssen. Wenn ich gerechnet habe, sind es 39. Und der kann doch gar kein Schild gemacht haben. Oder? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Hm. Na gut. Nächstes Match. Noch haben wir es auf jeden Fall nicht gewonnen. Das Ding ist noch nicht safe. Was? Alter. Ich komme hier. Das kann doch einfach nicht mehr hier ernst sein. Das kann doch nicht. Wie viele Matches in dieser Art wollt ihr mir jetzt hier noch vorsetzen. Aber wenigstens kommt jetzt gleich was. Das kann doch ernst sein nicht. So. Und jetzt machen wir hier den Mr. Deliver. Bam. Boom. Schakalaga. Ja. Und jetzt ist das Ding eigentlich gelaufen. Bam. Jawohl. Ja. Jetzt. Spätestens jetzt ist es tatsächlich dann durch. Ja. 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 Da wird jetzt auch nochmal gekämpft. Die versuchen jetzt tatsächlich nochmal ranzukommen. Ich hoffe jetzt einfach, dass es ihnen nicht gelingen wird. Jetzt werde ich schon. So. Da mein Peter. Ja. 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 Das ist ein Eugene Belscher. Ist jetzt nicht gerade optimal. Aber. Ja. 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 das ist jetzt nicht dein ernst terrestrial cycling es müsste jetzt reichen um diesen two-butt goat dann die bombe war es gewesen die bombe hat mich jetzt das match gekostet vom scheiß schwimmlehrer bock mich wird verrückt nein nein ich darf kein match verlieren scheiße alter vater ist das kacke ist das kacke mein gott wünscht gerade wie der verrückt würde hier wenn ich so ein scheiß sehen es gibt es doch gar nicht so womit fangen wir jetzt an badminton roger das wo die blinds bauen hat jetzt schon ein bisschen mehr bitte 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 punch richtig an richtig jawohl so den sind wir schon mal los und jetzt haben wir noch hier den home act teacher und das match aber mehr gewonnen gegen kameron kameron ja das wird hier noch mal ein offener schlagabtausch so wie ich das ganze einschätze mal was passiert jetzt haben wir das match noch nicht definitiv gewonnen auf keinen fall ist dieses match schon gewonnen so da muss eine gasattacke hergegen horse rider tina anders da habe ich da keine chance so und jetzt noch die flügel mutter am start baby das war's für dich gut bei my friend flügel mutter lina die rama gene coole sache so um 89 wieder geht's Womit fange ich an, Butt-Toucher-Tinger 32, gut das ist eine Sportkarte Komm, machen wir die Butt-Toucher-Tinger Beginnen wir mit der Butt-Toucher-Tinger Ich denke, das kann jetzt nicht großartig verkehrt sein Und damit die Roll Ähm, auch nicht schlecht Devil Bobby Auch immer schön Macht auch sehr viel Freude Ganz tolle Karte Äh, ja, jetzt allerdings nicht mehr so wirklich Weil gegen den Betrunkenen Hank Ist das jetzt auch nicht wirklich optimal Aber, nun gut Können wir jetzt gerade nicht ändern Ist jetzt erstmal weg Ne, den da haben wir noch einen 20er Punch Mal gucken, wen wir da treffen werden jetzt Irgendjemand haben wir getroffen Wie gesagt So, ähm Noch zwei Matches Und die versuchen auch noch an uns ranzukommen Viertelstunde Zeit Bleibt denen noch Theo Viertelstunde Zeit bleibt denen theoretisch noch Wollen wir mal die Liegestütze und die Lila ergehen Flügelmutter Lila Was jetzt Bitti finde Bitti finde Ja, das ist eigentlich ganz einfach Machen wir den da Und dann machen wir hier Den auf den Bobby truf Und das Da kommt der Kette Tilba raus Und das war's Das war's gewesen Mit einer glatten 100 Die wir gut gebrauchen können Und dann schubidu, bittu, bittu, bittu Oh, 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 die greifen jetzt noch ganz schön gewaltig an Da, so wie das aussieht Oh mein Gott Cameron 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 Neun Minuten noch Und ich bin durch Ja, dann schauen wir mal Wie viele bei denen bis jetzt gekämpft haben Bei denen sind es 44 jetzt aktuell Bei uns gucken wir mal rein Mit Franken, sie und Chris Unglaublich Glatt 1000 Congrats Leute Ah, Nero XD Dietronic Junkhatch Trommi Krankus Tomek Reverand Krabby Ja, ja, ja Oli Z Top das Robert Der Pate Kings Teglis Brauni Deniz Mimo Tularis Eat Fresh Food Gecko Big 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 Spanisch Henni 2 Michael Bounty Sonja 2 8 Gromelli Gamer Guy Thomas Cookie Dann komme ich Da kommen wir noch ein paar Punkte drauf Fabburger Danni Crow Apokalyptica Marlene Poker Stars Paolo Casey Remington Ansgar Jo Jo Ulrike K Dunkel Funken Und Max Max Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt mir mal in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es da ist, Animations Roder, mit mir dann gleich, macht's gut, bis